Rot-Gelb, die Farben des chinesischen Volkes. Die Liebe zu dieser Kombination steckt in unserem Blut. Sogar für das Essen haben wir auch eine Rot-Gelb-Kombination. Heute machen wir eine einfach chinesische Tomatensoße mit Röhrei für die Nudeln. Ich habe Udo-Nudeln bei Rewe gekauft. Die frisch gepflückten Tomaten schmecken natürlich am besten. Strunk entfernen Schälen In kleinen Würfel schneiden Lauchzwiebel in Ringe schneiden Weisse Stiele und grüne Blätter separat stellen Knoblauchzehen fein hacken Verquälen wir die Eier kräftig. So wird das Röhrei fluffiger. Um die Sauce anzudicken, brauchen wir eine Mischung aus Speise, Stärke und Wasser. Immer dran denken, zuerst die Stärke, dann kommt das Wasser hinein. So bilden keine Klumpen. Wodong-Nudeln Wodong-Nudeln in Wasser 5 Minuten kochen Drei Mal kaltes Wasser dazugeben, um den Kochvorgang zu verlangsamen Anschließend ins kalte Wasser abschrecken Öl stark erhitzen Rühren, wenden, ganz schnell ist das Röhrei schon fertig Nochmal Öl erhitzen Lauchzwiebeln und Knoblauch einschwitzen Tomaten hineingeben So lange braten, bis die Tomaten weich gekocht sind Wenig Salz Rührei dazugeben 200 Milliliter Wasser Wenig Pfefferpuffer 1 Tülöffel Salz 1 Tülöffel Zucker Gut vermengen Stärke Wassermischungen reingeben Grüne Lochzwiebelringe drauf Fertig! Gribbar 5-6-7-2-3-4-7-1-2-3-4-7-4-5-4-7-4-5-4-4-6-5-4-7-6-6-7-7-7-7-7-8-7-7-8-7-8-6-7-7-7-7-8-8-7-8-7-7-8-7-8-7-8-7-8-8-8-7-7-7-1-7-9-7-8-3-1. Untertitelung des ZDF, 2020